Ist Silvio Heinewetter, 37, wieder in festen Händen? Der Handballer war seit 2009 der Mann an der Seite von Simone Tomala, 56, gewesen. 2021 verkündete das Paar dann sehr überraschend seine Trennung. Die beiden gingen nach zwölf gemeinsamen Jahren als Freunde auseinander. Ob der Sportler nun eine neue Partnerin hat? Silvio wurde nun zumindest mit einer schönen Unbekannten im Urlaub gesichtet. Aktuelle Fotos, die Bild vorliegen, zeigen den 37-Jährigen gemeinsam mit einer dunkelblonden Frau an einem paradiesischen Strand. Offenbar genießen die beiden dort einen entspannten Urlaub in der Sonne und auch ihre Zweisamkeit. Insidern zufolge sollen sich die beiden seit einigen Wochen kennen, bei der Blondine handelt es sich um eine Studentin aus Kassel. Weder Silvio noch seine Begleitung äußerten sich bis dato zu der mutmaßlichen Liebelei. Dass es sich bei dem Mann auf den Fotos um Silvio handelt, bestätigte der Handballer selbst auf Instagram. Dort postete er einige Fotos seiner Reise, die ihn unter anderem in roter Badehose am Strand zeigen. Von seiner Urlaubsbegleitung ist auf den privaten Aufnahmen allerdings nichts zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 20.000, 40.000 pánova. Untertitelung des ZDF an, 20.000, 40.000, 40.000, 42.000, 48.000 全部